Matthew, ich war besorgt, als du mich angerufen hast. Was ist passiert? Hallo, Donald. Tut mir leid, sie zu stören. Ich habe ein Problem und brauche ihre Hilfe. Sicher. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann, mein Freund. Ich höre dich. Es ist sehr wichtig. Du musst mir Geld leihen. 5000 Dollar würden ausreichen. Ich verstehe. Wenn es sehr wichtig ist, kann ich ihnen natürlich Geld leihen. Wir werden sehen. Du hast mir doch 5000 gesagt, oder? Ich habe es jetzt nicht, aber ich kann es auf ihr Bankkonto einzahlen. Das wäre großartig. Vielen Dank, Donald. Übrigens. Dieses wunderschöne Haus. Du hast großes Glück, sie zu haben. Eines Tages möchte ich auch ein so luxuriöses Haus haben. Es geht nicht um Glück. Dafür habe ich hart gearbeitet. Aber das ist okay. Aborigines. Du hast mir nicht gesagt, wofür du das Geld brauchst. Ist deine Mutter krank? Nein. Sag es mir nicht. Meine Mama? Nein. Nein. Es geht ihr gut. Zum Glück geht es ihr gut. Sie ist jetzt zu Hause. Das ist großartig. Ist er also dein Bruder? Erzähl mir nicht, dass er einen Unfall hatte. Nein. Mein Gott. Nein. Nein. Meinem Bruder geht es gut. Er wird nächstes Jahr seinen College-Abschluss machen. Das ist großartig. Also, wo liegt das Problem? Geht es dir gut? Welches Problem hast du? Nun, wissen Sie, ich habe vor ein paar Jahren ein Auto gekauft. Mit dem blauen fahre ich immer zur Arbeit. Ja, ich weiß. Erzähl mir nicht, dass du beim Fahren dieses Autos einen Unfall hattest. Nein. Nein. Ich möchte ein neues Auto kaufen. Das Auto ist alt und ich mag es nicht mehr. Sie machen wohl Witze. Ich dachte, du hättest einen Notfall. Was zum Teufel? Es ist ein Notfall. Mein Auto ist hässlich und du hast viel Geld. Du bist Millionär. Sie werden kein Problem damit haben, mir nur 5000 Dollar zu leihen. Ich habe Recht. Nein. Das hast du nicht. Der Kauf eines neuen Autos ist kein Notfall. Es tut mir leid, aber ich kann dir kein Geld leihen. Das. Aber. Sie sagten mir, sie würden es auf mein Bankkonto einzahlen. Bitte. Nein. Das wird nicht passieren. Wer ein neues Auto kaufen möchte, muss sparen. Das habe ich schon versucht. Bei mir funktioniert es nicht. Ich verdiene nicht viel Geld. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich habe dir schon viele Tipps zum Geld sparen gegeben, mein Freund. Wie ich dir gesagt habe. Ich verdiene nicht viel Geld. Mein Gehalt reicht nicht aus. Vielleicht ist das das Problem. Sie müssen über ein zusätzliches Einkommen verfügen. Meinst du zusätzliches Geld? Natürlich. Aber wie kann ich das machen? Ich kann Ihnen dabei helfen. Ich gebe Ihnen einige Beispiele, wie Sie zusätzliches Einkommen generieren können. Ach wirklich? Brillant. Sag es mir bitte. Wie kann ich mehr Geld bekommen? Okay. Lass uns sehen. Nun. Zunächst einmal können Sie das tun, was ich getan habe, als ich kein Geld hatte. Sie können Online-Tutor werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Beruf eines Nachhilfelehrers gute Noten in der Schule oder an der Universität bedeutet, dann... Du liegst falsch. Es geht darum, was Sie wissen und wie gut Sie es wissen. Online-Nachhilfeunternehmen stellen Nachhilfelehrer ein, die ihr Wissen zu einem breiten Themenspektrum weitergeben. Zum Beispiel. Einige der Benutzer dieser Nachhilfeseiten suchen eigentlich nur nach. Jemanden, der ihren Aufsatz schreibt oder ihre Hausaufgaben für Sie macht. Man muss klug sein, um zu entscheiden. Wenn Ihnen die Idee nicht gefällt, Sie können User Experience Tester werden. Das ist mittlerweile sehr verbreitet. Jedes Unternehmen erwartet von seiner Website, dass es großartige Informationen bietet, seine Ziele erreicht und Geld verdient. Aber wenn etwas nicht funktioniert, muss das Unternehmen wissen, warum. Und viele von Ihnen unternehmen etwas. Sie bitten User Experience Tester um ihr Feedback. Es ist sehr interessant. Was sonst noch? Oh, warum unterrichtest du nicht Englisch? Es ist, als würde man den Mentoring-Weg gehen. Aber dieses Mal mit Englisch. Wenn Sie das Wort Lehren ein wenig nervös macht, machen Sie sich keine Sorgen. Sie müssen lediglich den Wunsch haben, anderen beim Lernen zu helfen. Und beispielsweise bereit sein, einen Online-Kurs zu leiten. Und dafür muss man nicht unbedingt Englisch wie ein Muttersprachler sprechen. Sie können Menschen unterrichten, die weniger wissen als Sie. Es kann sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene handeln. Werden Sie bezahlt, wenn Sie anderen helfen? Es ist eine großartige Idee. Du solltest es versuchen. Oder Sie lassen sich auch für Ihre kreativen Fähigkeiten entlohnen. Vernetzen Sie sich mit jemandem, der Ihre Arbeit braucht. Warum nicht in Ihrer Freizeit freiberuflich arbeiten? Zum Beispiel bei Websites wie Fiverr. Spezialisiert auf Schreiben, Redigieren, Grafikdesign und Voice-Over-Arbeit für Kunden, die diese Dinge benötigen. Und wenn Sie gerne fotografieren, ist das eine tolle Gelegenheit, etwas dazu zu verdienen. Es gibt viele Websites, die Ihnen beim Verkauf Ihrer Fotos helfen können. Sie müssen kein professioneller Fotograf sein. Was sonst noch? Wenn Sie Haustiere mögen, können Sie mit der Tierbetreuung beginnen. Wenn Sie ein freies Zimmer in Ihrem Haus haben, können Sie es an Touristen oder andere Personen vermieten. Sie können einige Produkte auch zu sehr guten Angeboten kaufen und sie dann zu einem höheren Preis verkaufen. Oder Sie haben wahrscheinlich einige Dinge zu Hause, die Sie nicht mehr verwenden. Warum verkaufst du es nicht? Das kann eine alte Vase oder vielleicht ein paar Kleidungsstücke sein. Sie können damit zusätzliches Geld verdienen. Warten Sie eine Minute. Du hast dein eigenes Auto. Sie haben eine großartige Gelegenheit, mehr Geld zu verdienen. Sie können Ihr eigenes Auto mieten, es an jemand anderen vermieten, der es fahren möchte, oder Werbung auf Ihrem Auto anbringen lassen. Es gibt viele Unternehmen, die nach Autos suchen, auf denen Sie Ihre Anzeigen schalten können. Sie können sie sehr gut bezahlen. Oder warum fährst du nicht mit deinem Auto für Uber? Sie können Taxifahrer werden. Ja! Es ist eine großartige Idee. Sie können arbeiten, wann immer Sie wollen. Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit. Auf diese Weise können Sie zusätzliches Geld zum Sparen verdienen und dann in ein paar Monaten Ihr neues Auto kaufen. Dass ich ein Taxifahrer? Sie machen wohl Witze. Ich kann das nicht tun, wenn meine Familie und Freunde wissen, dass ich Taxifahrer bin. Oh Gott! Nun ja, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Es tut mir leid. Sie müssen jemand anderen bitten, Ihnen Geld zu leihen. Aber jetzt kann ich Ihnen noch nichtarsi. Vielen Dank.